Servus und hallo zum Wochenwetter für die Region Arlberg. Wer diese Woche in den Winterurlaub fährt, der hat das große Los gezogen. Es gibt frischen Neuschnee und dazu in den nächsten Tagen Sonnenschein. Vom feinsten. Gleich mehr dazu. Zuerst werfen wir aber einen Blick zurück. Auch in der vergangenen Woche erschien zeitweise die Sonne, zum Beispiel am Samstag, wie man hier auf den Bildern unserer Livecam in St. Anton am Arlberg sehen kann. Und auch in Lech am Arlberg war der Himmel zeitweise tiefblau, doch es zogen zwischendurch auch mal dichte Wolken mit einigen Schneefällen heran. Und diesen frischen Pulverschnee können wir jetzt am Dienstag genießen. Die Sonne scheint dann nämlich den ganzen Tag über. Es ziehen höchstens ein paar lockere Wolken durch. Dabei ist es auch nicht mehr ganz so kalt wie zuletzt. Die Temperaturen steigen auf zwei bis maximal vier Grad und auch der Wind weht nicht mehr ganz so eisig. Am Mittwoch und Donnerstag wird es rund ein Grad milder und es geht mindestens genauso sonnig weiter. Meistens ist der Himmel sogar strahlend blau. Es kommen da acht oder sogar neun Stunden Sonnenschein zusammen. Mehr geht nicht. Jeden Mittwoch können Sie ab 21 Uhr auf eine multimediale Zeitreise durch die Geschichte des Skisports gehen. Der Tourismusverband St. Anton präsentiert gemeinsam mit den Arlberger Bergbahn und der Skischule Arlberg die Skischow Schnee treiben in ganz neuem Stil. Es gibt echtes Fahrkönnen und zum Schluss noch ein großes Feuerwerk zu bestaunen. Der Eintritt ist frei. Und auch am Freitag geht es um Skifahren in Perfektion. Doch zuerst schauen wir uns das Bergwetter dazu mal genauer an. Und das sieht richtig gut aus. Es ist zwar nicht mehr ganz so strahlend sonnig wie zuletzt. Es ziehen da ein paar lockere Wolken durch, aber die bleiben harmlos. Dabei bleibt es auch relativ mild. Selbst in 2000 Meter Höhe gibt es Höchstwerte um den Gefrierpunkt. In 3000 Meter Höhe werden maximal minus acht Grad erreicht. Da bleibt es also frostig. Zurück zu den Demoshows. Viele Skischulen in Tirol haben eigene Demo-Teams, die immer wieder die Gäste mit ihrem Können faszinieren, wie zum Beispiel bei der Skischow Schnee treiben, die ich Ihnen eben vorgestellt habe. Am Freitag, den 13. wird der Meister der Tiroler Demo-Teams gekürt. In dem fairen Wettkampf geht es um die Ehre, für ein Jahr lang das beste Tiroler Demo-Team zu sein. Ebenfalls am Freitag findet das Festkonzert der Trachtenkapelle Lech statt. Das Konzert ist der musikalische Höhepunkt der Trachtenkapelle. Ab 21 Uhr können Sie im Burg Vital Ressort in Oberlech ein abwechslungsreiches Programm genießen. Zurück zum Wetter. Am Samstag und Sonntag sind etwas mehr Wolken unterwegs. Ganz vereinzelt kann es da auch ein wenig Neuschnee geben, aber zum Start in die neue Woche überwiegt dann schon wieder der Sonnenschein. Bei den Temperaturen tut sich nicht allzu viel. Im Tal gibt es bis zu 5 Grad. In 2000 Meter Höhe werden rund 0 Grad erreicht. Bis zum Sonntag in einer Woche, also bis zum 22. Februar, ist die Lech Efficiency Experience zu Gast in Lech Zürs. Mercedes-Benz Präsentiert dabei die S-Klasse 500 Plug-in Hybrid. Lassen Sie sich von der hochinnovativen Hybrid-Technologie begeistern. Im Mercedes-Benz Pavillon am Hotel Arlberg erfahren Sie mehr über das Thema Effizienz und Sie erleben die Effizienz aktueller Fahrzeugmodelle hautnah. Und damit wünsche ich Ihnen wunderbare Wintertage rund um den Arlberg. Genießen Sie den frischen Pulverschnee und den Sonnenschein. Aber denken Sie bitte an den Sonnenschutz. Die Sonne hat nämlich schon recht viel Kraft und der frische Schnee reflektiert die Sonnenstrahlen zusätzlich.